27. Juni Rind & Dine Nicht vergessen, 27. Juni Rind & Dine im Riverside. Nach einer schönen Ausfahrt gibt es feines Rindsfleisch an Discretion. Los, meldet euch an unter www.riverside.ch Und Anni, wo sind eigentlich die zwei Profis, Silvan Dillier und Fabian Dienhard? Schau das Wetter an, die sind irgendwann der Sonne am trainieren und wir müssen auch gleich draussen sein. Immer das Gleiche.